Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe des DAX-Check mit Thomas Bergmann. Grüß dich, Michael. Und mit mir natürlich. Und wir schauen auf den Deutschen Leitindex. Gestern hat er erneut wieder zugelegt, 0,9 Prozent zum Handelsende. Jetzt starten wir wieder schwächer, aber das haben wir auch gestern um die Zeit gesehen und vorgestern. Also er startet immer recht schwach, aber kann sich dann im Laufe des Tages anscheinend irgendwoher Impulse besorgen. Gestern war es die EZB, glaube ich, die ihn bis hin beflügelt hat. Ja, interessanterweise hatte ja Draghi das Wording etwas geändert. Man hat auf die gute Konjunktur in Europa verwiesen. Und dass man das QE-Programm ausweiten wird, das wurde gestrichen. Und das hat zunächst mal den Euro beflügelt, aber nicht sehr lange. Und dann mit dem schwachen Euro, der dann auf 1,23 gefallen war, ging es auch mit der Börse nach oben. Also wie gesagt, eigentlich war es ja ein falkenartiger Ton der EZB, aber offensichtlich sagen sich die Anleger, na dann scheint es wirklich konjunkturell so gut in Europa auszuschauen. Und das ist ja sicherlich nicht schlecht. Definitiv. Weil ob jetzt der Zins bei null Prozent ist oder bei einem Prozent, das macht noch nichts aus. Und von daher überwiegen hier, glaube ich, die Aussagen zur Konjunktur. Und das hat den ganzen Markt etwas beflügelt. Donald Trump hat es hier dann auch für uns nachbörslich geäußert zu den Details der Strafzölle. Es können Ausnahmen geben für Mexiko, für Kanada. Hat uns jetzt aber auch nicht weiter belastet, dass wir natürlich nicht in diesen Ausnahmen mit dabei sind. Ja, es wird, der Markt ist im Moment am Abwägen. Was ist besser oder was wiegt mehr Strafzölle? Die sind ja jetzt Fakt. Oder die Einigung oder die Annäherung an Nordkorea. Das spielt ja auch jetzt, also für uns hier, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle. Aber das ist so, was der Markt jetzt im Moment versucht einzuordnen. Wir sind leicht im Minus. Es geht nicht weiter nach oben. Also ist das Thema Zölle schon, ja, eine Sache, die jetzt nicht man einfach unter den Tisch gehen kann. Sollte der Markt aber das Ganze gut verdauen, dann sehe ich das ganz positiv. Zumindest auch in dieser Woche hat er es recht gut verdaut. Sie standen die ganze Woche im Mittelpunkt, die Zölle. Und trotzdem ging es eben kontinuierlich nach oben. Wir schauen uns das jetzt mal auf 6-Monats-Sicht an. Können wir schon langsam wieder uns Hoffnungen auf die 12.000-Punkte-Marke machen, oder soll ich noch nicht so euphorisch sein? Hoffnungen? 12.000? Äh, also die 200-Tage-Linie wollte ich ja eigentlich sagen. Also die 200-Tage-Linie. Okay. Also wie gesagt, wichtig, ganz wichtig, dass die 12.000-Punkte-Marke hält. Wir sind jetzt da schon mal komfortabel, einigermaßen komfortabel weg. Wichtig ist jetzt die 12.500 hier in dem Bereich. Das wäre die erste Hürde, dann natürlich die 200-Tage-Linie. Wie wir sehen, wir sind im Moment im Niemandsland, noch kein eindeutiges Signal. Würde ich deswegen auch noch eine abwartende Haltung einnehmen. Und erst, wenn man über der 12.500 ist, nachhaltig, dann kann man da mal einen ersten Fuß in die Tür stellen und dann sukzessive aufstocken, sollte es weiter nach oben gehen. Also, aber im Moment, wie gesagt, drängt sich jetzt kein Einstieg auf. Wann werden diese Konsolidierungstendenzen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, wann werden die beendet? Welche Marke müsste da vielleicht erschütten werden? Wichtig ist, dass wir über die 200-Tage-Linie gehen. Ist zwar ein sehr einfaches Signal, sage ich mal, aber wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, dann hat es schon eine Wirkung. Hier hat man mal ein Fehl-Signal. Hier in dem Bereich, also das will ich nicht auch so verlässlich, dass man jetzt hundertprozentig nach der 200-Tage-Linie gehen muss, ist es auch nicht. Aber gab schon immer genügend gute Signale, die man da bekommen hat. Dann werden wir das auch weiter beobachten. Dankeschön für heute und für diese Woche, Thomas. Sehr gerne. Am Montag melden wir uns zurück. Bis dahin Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.